Kaum zu glauben, dass wir immer noch in Episode 1 sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Episoden das Ding eigentlich nochmal hatten. Da hat sie sich ja gut dran erinnert. Ich fühle mich, wie ich wieder in meinem Schmerz bin. Hallo, süße kleine Schleuchte. Du und ich. Stare-Kontest. People can be such pigs. They haven't updated this sign since the 1980s. sie nach euch Ausschau halten. Bären, Schlangen... Bären, Schlangen, Kojoten und Wölfe können sehr gefährlich sein. Seid vorsichtig. Füttert keine Tiere im Wald. Bitte bleibt auf dem Faden und fragt einen Ranger, wenn ihr Hilfe braucht. Graffiti. Füttert nicht den Bigfoot. Bleibt weg. Weißer Mann. Ja, auch gut. Ich freu mich, ob wir am Anfang im Traumfläche unten irgendwas gesehen hätten. Zaun. Zaun. Dann watscheln wir mal hinter Chloe hinterher. Bevor sie noch mit Weinbergschnecken nach uns wirft. Müll. Nasser Müll. Warren. Ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an. Kein Problem. Du musst mir noch ein großes Geheimnis erzählen. Keck. Was heißt keck? Ich kann damit nichts anfangen. Kann mir jemand keck erklären? Ja, die Freiheit, die Vögel genießen. Stumpf. Es ist zu schlecht, dass ich nicht so weit zurückkehren kann. Oh, Max und Chloe. Best Freunde für immer. Die Karte. Wow, Sir. Chloe hat das gemacht, um unser Baum für ihn zu marken. Also, wir werden uns immer wieder finden, wenn wir uns in der Fall einer Erkrankung finden. Hm, es gibt also hier ein Baumhaus. Interessant. Ich erinnere mich nicht überhaupt nicht, aber es scheint, wie es hier ein langes Mal war. Lagerfeuer, bam. Es sieht aus, wie die Jungs von Arcadia Bay ist, so kommen wir hier zur Party. Oh, ja, das würde ich aber auch machen. Wie lange hat das hier gewesen? Ich glaube, dann gucken wir ganz kurz mal hierhin. Oh, oh, ein Haiku. Ein Haiku? Wie schön. Was, turn this way now or face the lonely autumn tree and never look back? The lonely autumn tree. Bigfoot. Fußabdrücke. Noch ein Graffiti. Weird. Die Glyphs sind mir an dem Wind. Okay. Äh, ja, da komme ich nicht durch. Eine echte Frau würde sich da durchzwängen. Nicht, dass sie ihr gesagt bekommt, sie wäre zu fett. Okay. Leuchte um ansehen. Too bad, es ist lockt. Ich erinnere mich, die Räsen auf und auf die Schritte. Okay, gucken wir, was Chloe zu sagen hat. Das wäre ein schönes Foto von Chloe, entframt mit dem Sonnen. Sicher, du willst nicht alleine sein? Habe ein Seid, Pete. Mit Vergnügen. Mein Pfeil. Es fühlt sich hier gut aus, nach all diesem Drama. Du hast wirklich einen für Team Chloe genommen. Ich bin nicht so brav als du. Und David ist in Ordnung ein Stepdouche. Ich bin sorry, du hattest es zuerst erinnern. Du musst mit ihm leben. Hat er immer so weit gewesen sein? Seitdem meine schuldige Mutter ihn in unser Haus geragte. Ich habe niemals verstanden David. Äh, Kate blöd angemacht. Ich hätte ein Foto machen sollen. Äh, Kate blöd angemacht. Ich habe mich überraschend auf Kate Marsh heute. Ich weiß sie. Sie ist cool. Nur der Prick würde sie büllen. Er hat eine Art Wartung. Er hat eine Art Wartung. Er hat viele secreten Foto. Rambo still denkt er, er hat erinnert die Intelligenz. Hat du einen peek? Ja. Ja, ja, ich kann es nicht helfen. Ich kann es nicht ändern. Was hast du gefunden? Fotos von Kate Marsh, anderen Blackwall-Studien. Dieser Mann nimmt seine Arbeit zu sehr ernst. Er ist immer noch ein Krieg oder so. Er ist ein totales Fetisch-Surveillance-Fetisch. Woher gibt es spy cams in der Haus? Ich wusste, dass du nicht wusste. Chloe, dein Haus ist unter Surveillance. Was bist du? Es gibt Kameras all over der Haus. Ich habe es auf dem Monat in der Garage gesehen. Ich wusste es. Er ist so hella-fucking-paranoid. Ich werde das jetzt ein Geheimnis halten. Manchmal ist Ignoranz glücklich. Kein Wunder, dass ich so schuldig bin. Jeder in dieser Stadt kennt alle Geheimnisse. Ja, das ist so die Sache mit so kleinen Käffern. Dass sich jeder in irgendwelche Scheiße reinwühlt, die hier nichts angeht. Das ist Nathans Geheimnis. Was ist Nathan's secret? Er ist ein Elitier-Geräusch, der schlusschultert mit einem Laxative verhängt. Und er hat mich mit einer Drogen in seinem Leben verhängt. Was? Ich habe ihn in einer schlusschulteren Bar, die nicht schlusschultert habe. Er war zu rüch für das Haus und zu verhängt, und er hat sich immer flaschen Geld zu machen. Er ist einfach, was hat sich gemacht, Chloe? Jetzt? Ich war ein Idiot. Ich dachte, er war so blazed, es wäre ein leichteses. Du brauchst so viel Geld? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. With you? How much do you owe? Three grand plus interest. Before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. You... Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that curve was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. What did you do then? I figured I would make him pay me to be quiet. So we met him in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. So, let's need to move my legs back. Jack. 0 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Interessant, sieht aber gut aus Oh ja Oh ja Oh Gott, jetzt läuft mir aber auch das Wasser im Maul zusammen Oh ja Schinken und Thunfisch immer gut If this is destiny, I hope we can find Rachel I miss her Max This shit pit has taken away everyone I've ever loved I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay And turn it to fucking glass Oh no Why is this happening to me? Why am I here again? Ein geisterhaftes Reh? Is Chloe still up there? I have to find out Max, don't fuck around, rewind Okay Oh, hey, hey, hey Es gibt also auch Möglichkeiten, wie man hier sterben könnte Oh my lord Oh my lord The tornado is back Oh shit Oh 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 my lord 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.